Nein. Ich gehe jetzt erstmal in die Mitte und dann werde ich mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Ja, wo, was, wer? Wir sind zum Glück nicht nervig, die Typen. Meine Energie kommt auch nicht dazu, sich aufzuladen. Ja, natürlich können da wieder zwei neue. Na, kommt ruhig. Hä? Okay, das war eigentlich nicht... Hä? Wieso steht ihr einfach wieder auf? Ja. Ja. Komm mal zurück, ihr. Bösen Menschen, ihr. Wo sind sie? Alter, das ist echt ein bisschen anspannend hier. Jetzt habe ich auch noch einen verloren. Das kostet mich wieder Geld, den das wieder aufzurüsten. Aber gut, ich kann nicht ständig resetten, nur weil ich irgendwas verloren habe hier. Oh Gott. Also ich denke mal, ich muss mindestens einen neuen Agenten mitnehmen jetzt in der Mission. Wenn es beeinflusst bleibt. Oh Gott. Auch noch nicht gesorgt. Eigentlich suche ich jetzt noch das Polizeifahrzeug. Ja. Nein. Nein. Was ist er denn? Nein. Hä? Ja. Ja, komm. Ja, komm. Du Missrade. Du hast einen Kumpel von mir auf dem Gewissen. Jetzt dürfte eigentlich Ruhe sein, oder? Zumindest was die Fahrzeuge betrifft. Ich kann keines sehen. Das heißt, ich kann jetzt hoffentlich ein paar Leutchen einsammeln. Gehen wir mal erstmal nach hier unten. Oh, nicht überhaupt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, da retten wir irgendwas wieder her. Ah ne. Ach, das ist eigentlich schon ein Genug. Machn. Sehr schön. Na, ich mach doch gar nichts. Jetzt drehe ich mal die Kamera hier. Nein, andersrum. Und schnapp mir mal ein paar Leute. Uh. Richtig genommen? Ja. Niemand frei. Na. Dann nicht. Wenn du nicht zu den Erlösern dieses Staates gehören willst, Mädchen, dann lauf doch weg. Aber fix nicht. Du hattest die Chance dem Syndikat anzuhören. Äh, 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 äh. Nimm euch alle mit. Und ich bin nach Hause. Dann kriegt ihr was zu essen. Und einen Schlafplatz, ein Deckchen. Waffen gibt's auch schon. Waffen gibt's auch schon. Es wird euch gut gehen bei mir. Da hat irgendwas geknackt schon wieder. Ich glaub das war Musikende. Oder Anfang. So. Nimm den auch mal mit. Hm. Da. Wo kommt... Kam der gerade außerhalb der Karte? Das find ich jetzt aber nicht so gut. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Ich wünschte ich könnte ein bisschen weiter weg zoomen. Aber irgendwie krieg ich das mit DOS Box nicht hin. Falls das dann geht. Oh, oh, oh. Ich glaub ich muss das hier zerstören. Ähm. Oh, ohne Scheiß. Ich glaub das muss ich mal tun. Gibt's dann noch so ein Gebäude bei... bei meinem Ziel? Ich guck mal kurz. Kurz geluschert. Nee, andersrum. Nö. Und ich würde grad sagen, das ist so ne Art... Es sieht aus wie die Gebäude, die ich bis jetzt kaputt gemacht hab, wo dann so ne Koffer drin waren. Ja, das würde ich auch gerne los sprengen hier. Die ist ja gar mal einfach mal getötet. Gut, dann... Was wollte ich denn jetzt? Achso. Hier hin? Ja, wo bleibt der? Ach, war noch umgekehrt. Okay. Guck mal den hier. Hallo, was macht der da? Hier, Lederjacken Johnny und Lederjacken Johnny. Und dann auch Lederjacken Johnny mit der schwarzen Jerke. Oh. Und dann... Mach ich jetzt heute mal kaputt. Dazu wählen wir die mal kurz ab. Und den hier. Und... Guck mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Da ist einer drinnen. Hm. Würde da ja rausgehen. Kollege. Da kommt es. Das Verderben. Und jetzt schnell weg. Schnell weg. Nein, 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 nein. Nicht folgen, Jungs. Nicht folgen. Weg, 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 weg. Weiter gehen. Ähm. Da kam immer so'n Haufen Polizisten auszunehmen. Wie krass. Okay. Aber. Es sind Köfferchen da. Mindestens drei an der Zahl. Jappi. Hat sich das ja hoffentlich gelohnt, dass wir Nummer vier verloren haben. Alter, wehe. Das war dick. Wenn das Dicks war, ne? Dann nehme ich mir hier so'ne Polizistenleiche mit nach Hause, belebe die wieder und verprügel die dann. Ich kenne noch was? Ne. Puh. Gut. Ich glaube, ich habe sogar keine Zivilisten verloren. Und wenn, dann weniger. Hier nehmen wir noch ein paar mit. Hier sind sogar noch einige. Hier sind sogar noch einige. Piu. 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 Hm? Ach, wir sind da. Sehr schön. Piu. 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 Agenten einzunehmen. Hier oben tummeln sich noch ein, zwei. Können wir mal Zwischenstopp machen. Liegt ja auch ein Weg, ne? Dann muss ich hier gucken, wie ich den wegkriege. Ich glaube, ich kann mir nicht von der Seite das so ran, oder? Na, vielleicht von hier. Ein bisschen Glück. Wo sind denn meine Jungs? Na komm, wir probieren es immer noch. Zwischen speichern ist ja nicht. Ich glaube, ich habe getroffen. Ich will doch nur mit... Wollt ihr einer nicht schießen? Jawoll. So. Schnappen wir uns doch mal den. Wie? Äh, der haut ab. Der hat da zwei so Dinge angestellt. Hä? 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 Alter! Was ist denn mit dem? Mann! Wieso war denn das jetzt abgewählt? Überzeugstrahler. Ich hoffe, die reichen jetzt noch. Was der für ein Massaker hier angerichtet hat. Mann! Egal, wir müssen uns jetzt erst noch um die anderen kümmern. Ausgewählt. Wirklich? Zu weit weg? Wow. Hm? Ausgewählt. 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 Hä? Ausgewählt. Ausgewählt. Wieso? Ist da ein Hügel vor, oder was ist das? Ja, so können wir es auch machen. Jetzt habe ich den einfach zu matsch gemacht. Ich habe das dumme Gefühl, die haben alle so einen Scheiß. Das wäre ziemlich unpraktisch, aber hier steht sonst derzeitig kein Geschütz. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Ich hätte nicht sagen sollen, ich weiß, jetzt ist er wieder daneben gegangen. Und zurück, 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 zurück. So. Eigentlich wollte ich jetzt warten, bis meine Energie sich wieder auflädt, damit ich den... der Blond. Der ist blond. Wie ist es der Blond? Sehr geil. Der hat keinen Helm auf. Ja. Hier hin. Hier hin, Jungs. Sei wenigstens einen eingenommen. Dann habe ich wenigstens den Verlust von Dix. Ich hoffe, das war nicht Dix. Jedenfalls doch. Ich habe nicht gerecht, Dix. So. Zurück zum Hauptquartier. Ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl dabei. Wir müssen... hier hin. Aber... Überzeugstrahler. Gucken wir mal, dass wir den nachher hätten. Das war so klar. Das war nämlich so klar, dass da wieder was angelauscht kommt. Ich habe mir schon gedacht, da war ich ein ganz pfiffiger. So. Jetzt aber. Na, was denn nu? Wirklich? Ich hasse euch. ausgewählt. Das ist unver... Ja, ist ja gut. Ja, schon. Überzeugstrahler. Überzeugstrahler. Da hätte ich immer von irgendwo auftauchen müssen. Ein bisschen belastend manchmal. Was ist das? Ich hoffe, das ist eine Lampe. Ja, gut. So, jetzt aber. Och, die neuen Beine. Die sind aber ganz schön flott unterwegs, meine Jungs. Und reicht sogar. Yeah, Auftrag erledigt. Ich bin noch mit einem Verlust. Dafür habe ich jetzt höheren Level 2. Ja, ja. Ich habe einen verloren. Und es war Dix. Ja, gut. Oh, ich habe ein bisschen Geld gemacht, scheinbar. 1,8 Billionen. Gut. Hm. Beinchen Level 3. Arme Level 2. Körper haben wir schon, ne? Hirn Level 2. Nein, nein, nein. Wieso? 1,2,3. Gut, die haben alle. Jetzt braucht ihr ja wieder Equip, ne? Boah. Ja, den kannst du mal wegschweifen, den Mist. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich glaube, es ist so ein Geschütz, das die anderen auch hingestellt hatten. Ja, will ich die mir jetzt noch Waffen kaufen oder sammle ich die einfach ein? Ich glaube, ich sammle die einfach ein. Ja, komm, was soll's. Ionmine. Ne, wir bleiben mal mit Cerberus. Aber bei den Mods würde ich gerne gucken. Arme Level 3. Ja, ist okay. Ich weiß gerade nicht, was das bringen soll. Wir speichern mal kurz. Sichern. Und dann ab nach Hongkongius. Ähm. Jo. Errichte Drohnenverbindung. Musik